Und nun, liebe Zuschauer, folgen mal wieder die Kurznachrichten. Der missbräuchliche Konsum von Tabak in Mecklenburg-Vorpommern nimmt bedenklich zu. Aus Daten der kaufmännischen Krankenkasse KKH wurden im Jahre 2020 allein in Mecklenburg-Vorpommern 120.000 Menschen wegen Problemen von Tabak wie Abhängigkeit oder Entzugserscheinungen behandelt werden müssen. Am 31. Mai wurde der langjährige Inspektor der Polizei Mecklenburg-Vorpommerns, Wilfried Kapischke von Innenminister Christian Pegel und Landtagspräsidentin Birgit Hesse feierlich in Schwerin in den Ruhestand verabschiedet. Zugleich wurde sein Nachfolger Nils Hoffmann-Ritterbusch ins Amt eingeführt. Ritterbusch war vorher Polizeipräsident in Neubrandenburg. Am Samstag wurden durch unbekannte Täter Kleingeldautomaten von Autowaschanlagen in Hagenow und Parchim aufgebrochen. In einem Fall konnten mehrere tausend Euro Bargeld entwendet werden. Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei in Parchim und die Polizei in Hagenow gerne entgegen. Und am frühen Samstagmorgen ist eine 22-jährige Fahrerin eines VWs in Schwerin in ein parkenden Pkw gefahren. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch die Kollision in Mitleidenschaft gezogen. Wie sich herausstellte, war die 22-Jährige alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest am Unfallort erbrachte einen Wert von 1,29 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Liebe Zuschauer, das waren die Kurznachrichten.